der ep ist beigetreten oder tritt gerade bei wie auch immer und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Oh Gott, das ist so ein komplizierter Name. Aber ich glaube, ich glaube, ich muss mal ganz kurz die Einstellung ändern, weil das Spiel nämlich jetzt überall so ist, wie ich mir das im Tutorial angestellt habe und ich jetzt Null verstehe. Eine Sekunde. So, ich werde mal eben ein Silo aufstellen. Da können wir dann demnächst das Zeug reinwerfen. Dann habe ich noch was gesehen. Seltsame Vase. Ja gut, das ist nur Deko. Und der seltsame Zaun ist auch nur Deko. Das müssen wir nicht machen. Was haben wir denn hierfür eigentlich? Blauer Kristallstaub. Ja, Kristalle habe ich gefunden, aber kein Kristallstaub. Kupferdraht? Ja, Kupfer habe ich gefunden, aber Kupferdraht können wir noch nicht machen. Und Hartholz. Das ist jetzt die große Frage. So, nebenbei bemerkt, man muss auch gucken, welche hell sind, weil die hellen, die müssen dann immer nochmal bewässert werden hier. Dann klappt das auch mit dem Wachstum. Ja, aber wir bräuchten mehr Pflanzendinger. Ja, können wir ja noch welche hinstellen. Ich habe das da hingebaut. Wir kommen nämlich gar nicht mehr in das Haus ran, da hin. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dann in Flammen aufgehen oder so, wenn wir da durchlaufen. Seltsame Lampe. Das ist so eine, wie ich unterwegs gefunden habe. Okay. So, aber ich gehe jetzt erstmal hier raus. Ja? Aber das kleine Ding hat eigentlich einen recht guten Schub jetzt gebracht, ne? Das ist aber nur Dekoration, was uns weiterbringt. Aber so viele schöne Dekorationen, muss ich sagen, haben wir nicht. Das finde ich immer so blöd. Was muss ich hier reinbauen? Kupferdraht? Äh, den brauche ich auch, den Kupferdraht. Ja, aber ich verstehe nicht, warum wir das nicht freigeschaltet bekommen haben. In dem Moment, wo ich uns Kupfer geholt hatte. Oh, Leute. Ich drehe dem den Hals um. Wo hast du denn Kupfer geholt? Äh, wo ich dir das gesagt habe. Keine Ahnung, wo hatte ich das gefunden? Äh, Stein, Kohle. Mit der Kohle zusammen hatte ich das geholt. Jetzt wird... Hä? Hast du mir das hier rausgenommen? Ich hab nix rausgenommen. Wo ist denn das Kupfer jetzt hin? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was kommen wir dafür? Pflanzenfaser und Holz. Äh, Moment. Ich kann das... Hä? Ach, das kann ich aus der Kiste hinzufügen. Och. Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher. Aber... Ähm, Holz brauchen wir noch. Das holen wir noch. Vor allem, wenn ihr dafür brauchst. Du brauchst ja permanent diese Flaschen da. Und du brauchst, glaube ich, pro... Ja, aber wofür machst du die jetzt? Für die verbesserte... Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter! Das ist doch der Händler. Ja, aber muss der direkt vor meiner Nase hier runterkommen? Hallöchen Händler. Leider kann ich... Warte, wie kann ich... Oh, nein. So, Ego-Perspektive. Das ist eine Händlerin. Ihr habt mich ja alle angelogen hier. Komm an ab und take a look. Ja, das ist ja neu. Schild mit mehreren Pfeilen. Ach, das sind alles Deko-Sachen. Gummibären-Samen kannst du übrigens auch kaufen. Hot-Rot-Bein-Set. Oh, deswegen hast du die wahrscheinlich. Ein auf... Ein aufgemotztes Bein-Set. Ja, aber was bringt dir das? Ich kann hier nicht sehen, ob das mehr... Ja, es zeigt ja nicht an. Ich probiere es halt aus. Ich meine aber, der Arm ist schneller jetzt, den ich jetzt dran habe. Die Arme, diese Vintage-Arme. Hot-Rot-Motor. Ja gut, ich habe jetzt gar kein Geld. Ach, scheiße. Kann ich das aus dem... Nee, kann ich nicht aus dem Ding rausverkaufen. Nein, du musst diese Dinger verkaufen. Wie heißen die? Aber nicht abkommen. Da hast du drei Stück von. Nicht abkommen. Die Geodensplitter. Also die Geodensplitter. Ja, da waren mehrere Sachen. Moment. Warum kann ich mit dir nicht reden? Das? Ich kann mit dir nicht reden. Äh. Oh, komm schon, komm schon, bevor die jetzt gleich wieder weg ist. Nein, so schnell geht die nicht weg. Ja, sag das nicht. Äh, die Muscheln. Genau, die Muscheln kann ich auch noch. Dann Insektenfossil, kann auch verkauft werden. Achso, die Eier kann man auch verkaufen. Die haben anscheinend sonst keinen anderen Wert. Na gut. Geh weg da, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Ich muss verkaufen. Ich muss Geld machen. Hola, ich will was verkaufen. Äh. So, Moment, das, das. Ja, halt die Klappe. Nimm es einfach an, wenn ich das verkaufen will. So. Äh, das verkaufen. Die anderen Sachen will ich natürlich nicht verkaufen. So. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist alles, zeigt er uns an. Das heißt, dass wir das noch nehmen. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber warum? Ist wahrscheinlich jetzt nur eine andere Farbe davon, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise würde ich sagen, wir brauchen auch unheimlich dringend einen Sonnenschirm bei uns. Wo ist mein Motor? Äh. Hot Rod Arm Set. Ein aufgemotztes Set Armor. Beine. Bein Set. Also, Hibiskus ist das andere. Ich hab ja quasi das, obwohl das jetzt... Ich weiß nicht, warum das eine teurer ist als das andere. Nice choice. So. Jetzt hab ich alle Verbesserungen erstmal geholt. Ja, ich weiß nicht. Es ist nur Optik, glaub ich. Es ist, glaub ich, nur Optik. Guck mal, so sieht's aus. Ja, aber man nimmt... Also, steht unter Verbesserung. Ich find's in dem Verbesserungsmenü. Das kann doch nicht nur Optik da sein. Also, ich hab den Eindruck, ich kann schneller diese Werkzeuge wechseln. Das ist jetzt aber eine subjektive Einbildung, weil die Leute stimmt. Ja, der Epi bildet sich halt viel ein, ne? Das ist halt das Problem. Ich bin ja auch mit dir zusammen. Ja, dann müsstest du auch eingebildet sein, ja? Du müsstest sagen, hier, das ist meine wundervolle, hübsche und intelligente Freundin. Meine wundervolle, hübsche, intelligente Einbildung, genau. Take care. Ja, du auch. Wie auch immer. Okay, jetzt springt der hier rum. Warum springt der denn hier rum, wie ich so geklappt habe? Guck mal. Nein, ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug. Sauerei. Moment, wo ist das umreden? Wofür hast du nicht genug? Um diese wunderschöne Bank zu kompletieren, die ich uns von meinem teuren Geld, was ich geholt hab, geholt hab. Was ich geholt hab, geholt hab. Das war jetzt wirklich... Ähm... Ah, dafür brauch ich mein Leben. Ja, super. Ich brauch noch einmal Holz. Wollt ihr mich denn veräppeln? Es ist wunderschön. Wir haben fast die Hälfte von unserer Gemütlichkeit. Ja, weil der Händler kam, hab ich Geld ausgegeben. Du sollst nicht ständig Geld ausgeben. Das sag ich dir auch immer wieder aufs Team. Ja, ja. Aber du hörst nicht auf mich. Das ist das Problem. Das sag ich dir auch immer. Ich geb das Geld aus, was ich verdiene. Und das brauche ich, um wieder neues Geld zu verdienen. Das ist der Kreislauf des Geldes. Mhm. Aber du kaufst das ja nur und spielst damit. Du machst da ja nichts mit. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich jetzt... Der Händler reißt ab! Oh nein! Goodbye, Händler! Ich will auch so ein Raumschiff haben. Ne, jetzt ist er weg. Ja, du hättest ihn ja mal fragen können, wo er das gekauft hat. Das wollte ich dich noch fragen, bevor du ganz weg bist. Hast du die gleiche Karte gesehen wie ich oder hattest du Fragezeichen, wo du noch nicht warst? Ne, ja doch, wo ich noch nicht war. Aber das, was du erkündigst, das habe ich dann auch aufgedeckt gesehen. Das hast du auch. Ja. Hast du doch auch. Du hast doch auch das eine Gebiet, wo ich reingelaufen bin. Hast du doch auch gesehen dann. Wo bist du denn reingelaufen? Warte mal, Tieflandebenen war ich, Treppen, Gipfel war ich. Ich war hier überall. Das ist alles frei, wo ich war. Ja, aber in dem einen warst du noch nicht. Ich war in allem, was hier lila ist. Okay. Ich habe nur halt dieses Gebiet neben den Kiefernhöhen, also die direkt bei uns bei den Wiesen sind. Das habe ich nicht offen. Und das oben rechts, da sind so drei Fragezeichen. Ach so, was ich auch kurz noch zeigen wollte, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt hier einen Tab, der heißt Wirtschaft. Da kann man, wenn man theoretisch diese Sachen anbauen und verkaufen möchte, immer gucken, wie viel man jetzt aktuell bekommt beim Händler, wenn man das verkaufen möchte. Und die Vorhersage, ob es teurer wird zum Verkaufen, also ob man mehr bekommt, oder ob es halt eben billiger wird. Für uns wahrscheinlich komplett schwachsinnig. Gut, die Aluminiumteile. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht irgendwann auch mal bei dem kaufen kann. Das wäre natürlich ganz gut, weil die brauche ich ja immer noch für die Verbesserung. Du ja auch, ne? Fünf Aluminiumteile. Dann gibt es noch eine Datenbank. Da stehen dann auch noch mal die Sachen drin, die man im Endeffekt in der Übersicht auch sieht, auf der Karte. Und Fundstücke habe ich mir selber noch nicht angeguckt. Ach so, Fundstücke, das sind die Sachen, die wir abgeschlossen haben. Das Kraftwerk und Bergkammer habe ich abgeschlossen, glaube ich, und du die Stadtruinen, oder? Ja, kann sein. Nee, ich habe... Nee, die Stadtruinen habe ich am Ende abgeschlossen. Nee, du hast die Bergkammer abgeschlossen. Genau, das hatte ich dich nämlich noch gefragt. Ja, da fehlen aber noch die Schätze. Da sind noch zwei von... Also, da sind noch welche offen. Ich habe nur die Artefakte alle gekriegt. Ja, ja, das ist... Das ist Fundstückabschluss, sozusagen. Und als letztes... Nein, als letztes haben wir noch das Tagebuch. Da kann man sich dann auch noch mal alles genau angucken, was man gerade hat, was man vielleicht nicht angepinnt haben möchte, weil man es ja später machen möchte oder so. Und ja, hier kann man dann auch noch mal durchschalten. Hier gibt es so mal die Tutorials, die haben wir natürlich schon beendet. Herstellungen und Anfragen weiß ich nicht genau, was das ist, weil da ist nämlich nichts drin. So, und da sind wir wieder. Eigentlich habe ich ja mega schlechte Laune, weil ich gerade hier alles irgendwie mit Cola voll gesaut habe. Ungefähr eine Minute zuvor, weil die das nicht hinkriegen, vernünftige Deckel drauf zu machen. Ja. Wahrscheinlich wird die Nacht jetzt auch wieder überspringen. Oh ja, warte mal. Wir können hier noch mal eben... Ach so, wir sollen den Wald herstellen. Ja, ich muss erst mal, ich muss kleiner Gärtner spielen. Die Gameplayerin strullert schon wieder auf die Sachen hier drauf. Ja, ich bin doch emanzipiert, oder? Da muss ich doch strullern können hier. So über zwei Kilometer Entfernung. Warte mal, ich gehe mal eben... Wir brauchen mehr Gummibären. Wir brauchen Gummibären. Wir brauchen Gummibären. So, ich hole uns aber jetzt erst mal ein bisschen Wasser. Also eigentlich hole ich nur mir Wasser. Meine Stimme ist auch total im Eimer. Das ist, weil ich den Epi so oft angeschrien habe. Nein, okay. Ich habe ihn heute noch gar nicht angeschrien. Stimmt nicht. Doch. Ich habe nur geschrieben. Du hast mich angeschrien. Stimmt ja, wir brauchen jemanden. Lehm. Lehm weiß ich immer noch nicht, wo wir das herkriegen. Und blauer Kristall, Hartholz, Kupferdraht. Ja. Das Kupfer hast du ja verballert. Ich habe meine super tollen Unterlagen, die ich jetzt gerade nicht griffbereit habe, weil ich ja alles da drauf liegen habe, nebenbei im Merk. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt privat schon ein bisschen weiter. Auch vom Wissen her. Und ich habe mir auch einiges aufgeschrieben dabei. Weil ich gerade aktuell da dran bin, verschiedene Guides zu machen, wie man alle Artefakte zu den einzelnen Bereichen findet. Macht eine Epi da Freudensprünge oder was? Du weißt, dass du mit F auch Licht anmachen kannst. Weißt du ja nicht, was du da hinten suchst. Wir sind Roboterbären. Wir sind Roboterbären. Hier ist ja gar nichts drin. Du läufst ja in die völlig falsche Richtung hier. Was willst du denn von mir überhaupt? Ich wollte ein bisschen Eisen. Oh, ja, ja. Oh, ist das schön. Ein Sonnenaufgang. Irgendwie fühle ich mich gerade etwas geblendet. Perverse Sau, du. Hallo? Was machst du da? Du wirst angestrahlt nebenbei, bemerkt. Ich finde das richtig... Warte mal, ich mache da mal ein Screenshot von. Haben wir hier nicht... Oh, wir haben noch einen Fotomodus. Scheiße, wieso kann man mit dem Fotomodus sich selber nicht sehen? Das ist doch Mist. Ah, wie kann ich denn... Wie kann ich ein Foto machen? Hallo? Ich kann nur zurücksetzen. Wie, ich kann hier nicht... Ich habe keine Ahnung. Der Fotomodus ist scheiße. Na gut. Ich wollte nämlich eine Sache heute mal machen. Die habe ich nämlich privat festgestellt. Wo war denn das? Das war ungefähr hier, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Ach, nie. Nein. Nein, nein, nein. Das war nicht da. Das war... Ähm... Irgendwo bei den Randklippen. Irgendwo so in dieser Richtung hier, glaube ich. Komme ich da jetzt am besten hin? Da habe ich eine Höhle entdeckt. Und da würde ich jetzt gerne mal hingehen und mal gucken, was es da genau... Also ich meine, ich weiß, was es bei mir da gab. Ich weiß halt nur nicht... Da komme ich gar nicht durch hier im Moment. Ich weiß halt nur nicht, ob das immer das Gleiche ist. Ich gehe aber davon aus, dass es immer das Gleiche ist. Also bei jedem Spielstand. Nein! Och, nee. Oh, wie ich das... Das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel so richtig hasse. Ohne Scheiß, ne? Warum muss ich... Und der Plappert immer dazwischen. Ja. Ich habe mir übrigens auch ein Foto davon gemacht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war ungefähr hier. Nicht da, wo ich jetzt gedacht habe. Also ein Stückchen weiter. Weil ich kann mir sowas nicht merken. Deswegen mache ich mir da... Ah, hier ist noch Eisen. Deswegen mache ich mir da dann immer Fotos von diesen wichtigen... Wichtigen Plätzen. Zumindest so lange... Oh. Bringt, glaube ich, nicht so viel, wenn ich versuche, die Aluminiumablagerung mit dem Sauger aufzusaugen, oder? Könnte unter Umständen eher negativ sein. Aber ich habe noch Gummibärensamen. Der will nur nicht stehen bleiben. So, kommst du mit? Oder siehst du meine Markierung? Dann kannst du ja eigentlich... Moment, ich habe noch gerade Artefakte gefunden. Hier ist eine Höhle noch hier oben in dem Einlass. Du sollst keine Artefakte hier sammeln? Dann weiß ich nachher ja nicht, wo die sind. Ja, die sind ja auch weg jetzt. Ja, super. Was ist das denn? Insektrophäen? Du bist genau da, wo ich noch keine Artefakte gesammelt habe. Vielen Dank dafür. Hä? Warum ist da so ein blauer Kreis? Du bist. Weil ich schön bin. Und deshalb habe ich keinen blauen Kreis. Hä? Das ist mein Kreis. Du hast eben eine andere Farbe. Ja, aber ich habe gar keinen Kreis. Deswegen frage ich dich ja. Ich habe nur eine Markierung, aber keinen Kreis. Ich gehe schon mal weiter. Der EP ist beschäftigt. Er will nicht mehr kommen. Ich bin, ich bin in der, doch, aber ich bin die Höhle am Höhlen. Die Höhle am Höhlen. Genau. Weiß ich nur gerade nicht, ob ich da besser, oh, was ist? Ah, nee, das sind, nee, nee, okay, das sind nur. Das sind Pflanzen. Oh, Moment. Hier ist auch noch was, was ich wegsaugen muss. Weil wir wollen ja auch hier alles, äh... Jetzt kommt der... Das ist mal so klar. Unkraut-Eliminierung. Entferne 300 mal kräftiges... Äh, kräftiges Unkraut, genau. Giftiges Unkraut. Mann. Das ist schön. Wir sind hier die Aufräumtruppe. Was geht das da oben? Ich wollte aber komplett woanders rum. Jetzt muss ich hier erstmal überall rumlaufen, um das Unkraut hier noch wegzumachen. Weil dadurch kriegt ihr natürlich, wenn ihr das selber machen wollt, die 100 Prozent, um etwas freizulegen. Was mir persönlich unter anderem nicht nur wegen der Errungenschaft, aber auch deswegen wichtig ist, weil man dann erst die Karte sieht. Also die Logik verstehe ich nicht so ganz. Du weißt, was ich meine, ne? Als die Karte dann erst freigelegt wird, wenn du die 100 Prozent halt eben hast. Wenn du das richtig wieder gemacht hast, wieder schön gemacht hast sozusagen. Und wenn man dann irgendwo dieses Unkraut sieht, dann ist das meistens... Oh, jetzt komme ich ja schon fast wieder zu dir zurück hier. Und sorgt das meistens für über 50 Prozent, die man noch dazukriegen kann. Okay, ich glaube, das war alles. Alter. Alter, das Ding kannst du nicht steuern. Wenn du einmal mit dem läufst, dann läuft der überall gegen. Das ist so wie die Bleid ungefähr. Bei DVD. Der rennt dann einfach immer weiter geradeaus. So, das Ding kann man noch füttern, aber ich habe, glaube ich, eh nichts mehr dabei. Und ich wollte sowieso in die Richtung gehen. Ich habe übersehen, dass es da einen kleinen Ruppel gibt. So. Wollen wir mal gucken, was da alles so drin ist. Weil da gibt es so verschiedene Höhlen. So, wie der EP mir das erzählt hat. Weil er hat nämlich eine andere Höhle wohl gefunden. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, eh nach unten. Also sauge ich hier oben noch mal ein bisschen frei. Ich bin vor einer Putzkolonne. Was haben wir denn hier? War ich hier nicht schon mal? Randklippen. Moment. War ich hier schon mal oder war ich hier nur in meinem Tutorial? Das ist jetzt das Problem, weil... Du warst doch schon. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Im Tutorial war ich hier schon mal. Aber ich glaube, ich war hier noch nicht im Spiel, wo ich jetzt gerade bin. Also wie gesagt, schaut einfach da, wo meine Playlist ist in der Beschreibung. Und da drunter habe ich eine... Oh, wir haben eine Region wieder hergestellt. Da drunter habe ich nämlich eine Playlist reingestellt. Ja, siehste. Halt doch mal die Klappe. So, leider kann man ja nichts sagen, weil der die ganze Zeit nur am Reden ist und man sowieso nichts davon versteht. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr das nochmal in Ruhe sehen wollt, wo hier die ganzen Altefakte sind oder auch bei anderen Gebieten, die ich schon aufgenommen habe, schaut einfach in die Beschreibung rein. Da habe ich zwei Playlists. Einmal die Liste vom Let's Play. So, das wollte ich sagen. Und einmal eine Liste, wo nach und nach alles hochgeladen wird, um 100% von den Artefakten zu erhalten. Ich weiß nicht, ob der Epi das auch schon mitbekommen hatte. Nee, habe ich so. Ich habe es ihm heute nämlich gesagt, aber ich glaube, der hört sowieso nicht so richtig zu, deswegen... So, hast du das auch bekommen? Ja, ne, Platz erkundet. Ja, kam mit sich eine Meldung. Okay, gut. Das wollte ich nämlich jetzt wissen, weil das wäre jetzt doof, wenn du das jetzt nicht bekommen würdest in dem Spiel, ne? Oh, Pflanzenfaser brauchen wir ja auch ganz viel, ne? Wegen diesem komischen Öl, was wir dann machen müssen. Äh, das habe ich geholt. Wir werden weiter... Oh, nein, das ist das Falsche. Nein. Halt hoch. Saug die Blüte ab! Genau. Ähm, wir werden jetzt weiter hier rumgehen. Da brauchen wir die Stachelsäge für. Ach, Moment, haben wir die schon? Ja, wir haben. Da habe ich jetzt nichts Neues vongekommen. Da kommt anscheinend eine Pflanzenfaser raus. Okay, na gut. Hm, was sehe ich da hinten? Da müssen wir wieder was drüber machen. So. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum da jetzt Treppengipfel zum Beispiel zwei von vier steht. Weißt du das zufällig? Ne. Weil wir haben ja Treppengipfel. Ich glaube, da warst du gestern. Äh, ne, gestern war es nicht. Also beim letzten Mal warst du da einmal und hast was gemacht. Aber ich weiß nicht, was da jetzt genau zu zählt. Moment, hier in der Nähe war das, wo ich hin wollte. Ne, es ist genau hier. Oder? Ja, es ist genau hier. Das heißt, wenn du doch noch hinterherkommen willst, ist es ziemlich genau da. Ja, ich, Tom, ich muss doch gerade was anwerfen. Noch hier und dann... Ich war voll gerade mit... Wenn der Epi dann gleich da ist, dann ist nichts mehr da, weil ich schon alles rausgeholt habe. Ja, wie immer halt, ne? Ne, normalerweise bist du derjenige. So, hier haben wir erstmal schöne, giftige, leuchtende Pilze. Ich weiß nicht, wovon die so verstrahlt sind, aber sie sehen schön aus. Nehmen wir gleich mit nach draußen. Dann, das kann man nicht abbauen, okay. Hier ist einmal Kohle. Er ist weggeflogen. Alter Hund. Achso, der, der Händler. Der Hund, der Händler. Der Hund, der Händler. Also, ich habe Eisenerz und Kohle. Es ist auf jeden Fall das gleiche wie auf meinem Tutorialplatz. Das nehmen wir gleich noch mit. Hier oben ist auch noch was. Da ist auch noch mal Kohle. Ich komme mal, wo du bist. Aber ich weiß nicht, ob ich da so hinkomme, wie hier, wenn ich jetzt so da durchgehe. Ja, ich weiß es nicht, von wo aus du kommst. Du kannst auf jeden Fall von unserer Basis kannst du gut da hin. Ich baue die Sachen schon mal alle ab, sodass wir die nur noch nach draußen schleppen müssen. Was mir wohl aufgefallen ist, du kannst, glaube ich, nicht mehr als drei Sachen gleichzeitig tragen. Kann das sein? Ja, ja. Also, das ist echt blöd gemacht. Vor allem, wenn du hier gefühlt 30 Sachen hast. Naja, ich glaube, es kommt auch an, was es ist. Wenn das so eine Blüte ist, kannst du auch mehr tragen. Ach, meinst du, das ist dann gewichtsabhängig? Uh, ein Bionensplitter. Ich gehe nur mal hier mal aus der Ecke raus, damit wir den nicht so... Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Was ich unheimlich schade finde. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden, weil man kann es nicht umstellen. Warum darf ich nicht sehen, wie ich aussehe? Ich meine, ich weiß doch, ich bin so ein kleiner dicklicher Zwerg irgendwie. So, wie ich hier rumlaufe. Kannst du doch sehen. Du kannst es doch sehen. Ne, kann ich nicht. Doch, wenn du... Mann, geh mal in diese Station rein, wo du deinen Roboter verbessern kannst. Ja, aber ich will das ja nicht in der Station sehen, ich will das ja generell sehen. Diese Ego-Perspektive, die ist so nervig. Ja, was auch immer wir machen, machen wir es weiter, genau. Also diese komischen Büschel, auch wenn ich gerade nicht mehr sehe, wo ich hinlaufe damit. Sieht so ein bisschen weihnachtlich aus irgendwie. Das Problem ist, ich kann hier diese Deiche, keine Verbesserung für die... Sag mal, für das... Aua. Für das Aua? Ich bin vor den Baum gelaufen. Das passiert mir regelmäßig. Vor allen Dingen, wenn ich im Vollgas unterwegs bin. Ja, das ist... Also an sich, die Steuerung ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber so dieses... Wenn du am Laufen bist, wirklich, also am Sprinten bist, dass der dann einfach überall gegenknallt. Das ist irgendwie ziemlich dämlich. Also da muss ich sagen, das ist schon... Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist da unten. Ja, ich laufe immer in die Höhle rein und raus. Aber ich hole die ganzen Sachen, damit du die gleich alle tragen kannst und du balladest. Oh, das ist das für ein Werk, wie komme ich da runter? Ja, da war noch cooler Blattung. Die habe ich doch alle mitgenommen. Also kaputt gemacht. Rausgeholt. Aua. Aua. Ich stehe wieder. Im Notfall einfach runterklatschen. Ja, habe ich schon. Interessant ist, wenn er dann auf die Fresse fällt, dann macht er immer den anderen Modus an. Welchen anderen? Ja, den Third Person. Warum kann ich nichts mehr aufsauchen? Ich kann die gelbe Farbe rum. Okay, jetzt geht's. Komisch. Also das muss irgendwie nach Kilos gehen oder so. Ich konnte jetzt nur eine Pflanzenfaser mitnehmen. Das kann ja nicht sein. Aber ich hatte vorher halt schon... Oh. Moment. Jetzt bin ich so schnell gelaufen. Jetzt bin ich gegen die Wand gelaufen. Warte, hier kommt noch was. Da. Oh. Ach, jetzt komme ich wieder nicht mehr rein. Das ist manchmal... Das ist blöd verpackt hier. Das hatte ich privat auch schon mal. Dass ich nicht mehr in den Mesh reinkam. So wie jetzt. Hallo. Also da war Eisenbahn drin, ne? Dann habe ich da... Kannst du jetzt mal markieren auf der Map? Habe ich doch. Aber wenn ich eine andere Markierung mache, ist die weg, glaube ich, oder? Stimmt. Ähm. Wo sind wir denn jetzt hier? Da würden wir zu Gebirgsküste kommen. In den Tiefland-Ebenen ist ja auch noch was Schönes. Aber das haben wir ja, glaube ich, schon davor gemacht. Lauf ich jetzt hier mal zurück. Du hast ja alles eingesammelt, soweit, ne? Mhm. So. Ich habe hier die ganze Arbeit gemacht und der Epi trägt jetzt die ganzen Früchte nach Hause. Ja, ich habe auch die Errungenschaft wirklich vereisen. Ja, was heißt Errungenschaft? Also dieses... Dass das so aufgeblinkt ist, so, ne? Ja, wir haben aber neue Rezepte, genau. Da ist die Gebirgsküste. Dann gehe ich mal da rum. Was ist das denn hier? Eine gelbe Blume. Nimm die mal mit. Die will nie mitkommen. Die weigert sich. Ah, jetzt. Ja, das war mir auch, als wenn sie da was verschlimm bessert haben, jetzt an dem Update. Weil das ging sonst immer ganz einfach, aber jetzt irgendwie... Ja, oder man muss irgendwie genauer zielen oder so, das weiß ich jetzt nicht. Hierfür brauchst du, glaube ich, so ein spezielles, ne? Ja, ja, wir brauchen den Verbesserten. Kann ich ja nicht machen, weil ich keine... Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Ja, da durchlaufen kannst du, du wirst halt nur verlangsamt, ja. So, mal gucken. Ist denn hier sonst gar nichts mehr? Hier sind nur große... Warte mal, was ist das denn hier? Bist du denn? Ach, ne, die kann man aber nicht einsammeln. Diese gelben Dinger. Also, ich glaube, hier, weil das 32% haben wir schon, da müssen wir tatsächlich, in Anführungszeichen, nur noch die Dinger da wegmachen. Genau, weil ich habe hier diese Sträucher weggemacht, die habe ich aufgesaugt, aber mehr waren hier nicht. Also, ich habe keine mehr gefunden. Warte mal, hier ist ein blauer Weg. Wo sind wir denn hier? Oha, oha, oha. Moment, wir sind jetzt genau da und ich habe es ja schon vorhergesagt eben, ich mache von allem, was ich so nicht kenne, mache ich immer ein Foto. Das muss ich jetzt mal eben hier machen. Hier können wir nämlich, so wie es aussieht, wieder Artefakte finden. Hier ist ein Eingang. Na ja, ich muss mir noch mal kurz die Beine vertreten. Oha, das sieht ja cool aus hier. Hier sind so komische außerirdische Tafeln überall. Du kannst sehen, wo mein Mesh steht, glaube ich, oder? Ach so! Ach, das ist der Kreis. Du warst da eben nicht drin, du kleine Sau. Wieso sagst du mir das nicht? Ich war da nicht drin. Boah, muss ich das wieder alles selber rausfinden hier? Ja, aber was soll man denn hier machen? Hier kann man gar keine Artefakte finden, so wie es aussieht. Hier sind jede Menge zerbrochener Schilder. Mit einer Sprache, die ich nicht übersetzen kann. Das sieht so sehr ausländisch, sehr außerirdisch aus. Aber... Aua, ich bin voll ins Glas reingesprungen. Aua. Was ist denn für eine Blume? Hier kann man hoch. Also hier kann man viel... Uhuhuhu! Hier kann man noch runterrutschen. Hier kann man viel so erkunden. Also viel in Anführungszeichen. Aber hier ist noch eine Höhle. Haben die hier irgendwie vergessen, die Artefakte reinzulegen oder so? Nee, die eine habe ich wahrscheinlich leer gemacht, wenn du diese große Höhle da gesehen hast mit den Tafeln. Dein Ernst jetzt? Ja. Ach, da unten steht... Ach, mein Gott, da unten steht Artefakte 8 von 8. Wollt ihr mich denn hier veräppelt? Wo hat der EP das denn schon? Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Artefakte da drin... Äh, der Artefakt. Die Artefakte da drin findet, in ein, zwei Tagen lade ich ein Video hoch von meinem privaten Stand, vom Tutorial-Stand aus. Da gucke ich dann, wo die alle sind. Und toll, vielen Dank, Schatz, dass du uns das jetzt genommen hast für heute. Wie gesagt, Verlinkung ist in der Beschreibung. Beide Playlists sind drin. Ah! Wer dem EP jetzt virtuell eine draufhauen will, kann das gerne in die Kommentare tun. Mann, 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 Mann. Wahrscheinlich kriege ich jetzt überall eine drauf, Wetten. Weil ich gesagt habe, sie sollen dir virtuell eines draufgeben. Oh, da bräuchte ich den verbesserten Erntesauger für. Das ist doch doof. Wo laufe ich jetzt hier eigentlich gerade hin? Moment. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Gelber Wald außen. Hoch, ja. Das ist wieder diese blöde Strecke. Wurde dann wieder... Na, ach, komm! Wieso sind die wieder hergestellt? Welcher Idiot läuft ohne mich hier in der Gegend herum und stellt irgendwelche Klippen her? Oh, da ist Kupfer. Oder? Ja. Das ist doch Kupfer. In den Randklippen. Ich habe mir das zwar auch alles aufgeschrieben, aber ich weiß gerade... Ich kann ja gerade nur die Hälfte sehen, weil das hier alles drunter ist. Äh, ja. Ja. Geh, den Randklippen habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Der Epi nimmt mir ja alles weg. Hä? Ich mache gar nichts. Ja, das habe ich gemerkt. Du hast die Randklippen wieder hergestellt, du Sau. Nein, ich hänge fest hier unten. Ja, das ist Karma. Das ist Karma jetzt. So. Wasser habe ich ja noch aufgeladen. Ich will immer noch da hinten rüber. Aber dummerweise bin ich zufällig, als ich was komplett anderes eigentlich gesucht habe. Also etwas, was gar nicht mit dem Spiel ja zu tun hatte. Was aber meine Neugierde dann doch geweckt hat, bin ich leider darauf gekommen, dass ich zumindest, äh, also ich habe es noch nicht gesehen oder so, aber dass ich zumindest in etwa weiß, nicht was man genau machen muss, aber dass man etwas machen muss. Oh, guck mal, da hinten ist der Epi. Hallo, Epi. Hallo. Wo bist du denn? Hä? Hallo, hier, unten am Wasser. Ja. Ja, da. Hi. Ich habe mich gerade die Hore gekämpft, ich bin etwas abgesoffen. Ja, wieso bist du da umgegangen, nur nicht hier einfach den Weg? Ja, weil ich wissen wollte, was auf dem Platz vor ist, aber da komme ich nicht drauf. Da braucht man eine Erweiterung der Säbel, der Säge, weil da ist ein Hartholzbaum, den muss man das wegdraut. Oh, Hartholz, Hartholz brauchen wir. Ähm, ich wollte gerade sagen, komme ich hier überhaupt durch, aber ich komme hier durch. Heiho, heiho, die Strecke macht mich froh. Aber warte mal. Rand? Händler kommt an, ich kann nicht warten, ich muss nach Hause. Also in den Rand knippen wir das Kupfer an, das heißt, da müssen wir Kupfer holen, ne? Ja, da wollte ich eigentlich hin, aber irgendwie bin ich jetzt immer noch im gelben Wald. Ich weiß auch nicht so genau, was ich hier eigentlich tue. Aber davon mache ich ganz viel. So, warte mal, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier oben wieder an dem Dinosaurier-Skelett, da waren wir ja schon mal. Da war ich schon mal. Das hat mir aber nichts gebracht. Also gehe ich jetzt unten den Weg am Wasser ein bisschen entlang. Da kann man übrigens... Ach, bist du da hinten rüber gehüpft, oder was? Ja, ja. So Jump'n'Run-mäßig. Genau, ich wollte mal gucken, wie weit das geht. Also das geht schon, aber ist ja doof, wenn du einmal umgibst oder zu weit gelaufen bist. Dann fällt's da halt rein. Ja, das war's dann. Im gelben Wald, weiß ich, haben wir Artefakte gefunden. Die Frage ist jetzt, gibt's da noch mehr? Aber ich glaube eher nicht, oder? Weil ich hab schon mittlerweile herausgefunden, dass es in bestimmten Regionen mehr als einmal Artefakte gibt. Also ich hab jetzt schon zwei Videos zur gleichen Region hochgeladen. Einmal den Landeplatz und einmal, ich weiß nicht, wie das andere hieß. Ja, steht doch auch noch da, dass es da Artefakte gibt. Das ist... Kannst doch, wenn du da auf die Karte guckst, siehst doch immer, wie viel es gibt. Da sind keine mehr. Dann sind da keine mehr. Warum suche ich dann hier noch nach Artefakten? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Na toll. Dann laufe ich jetzt hier wieder durch diese ekligen Blumen, die mich ständig aufhalten. So. Kann ich hier vielleicht eine Abkürzung nehmen? Weil ich bin ja hintenrum reingekommen, oder? Hier ist auch nochmal eine blaue Blume, aber da gehe ich jetzt nicht so. Hinten ist auch nochmal eine blaue Blume. Brauchen wir die blauen Blumen? Ich weiß es nicht. Ach, das sind die Nester, glaube ich, ne? Dieses 4 von 4. Kann das sein? Oh, warte. Wir haben auch noch Gummibärensamen. Leider nur einen, aber besser als nichts. Ich hatte irgendwo auch noch eine zweite Höhle mal gesehen. Und dummerweise hatte ich mir nicht markiert, beziehungsweise fotografiert, wo die war. Und du weißt auch nicht mehr, wo die Höhle war, die du mal gefunden hattest, ne? Also oben, unten, links, rechts auf der Karte zumindest so grob. Neben unserer Base links auf der Karte. Was ist denn das Rosane da hinten? Hier unten ist auch wieder Metall. Achso, das sind die Steine. Ah, ja, okay. Der Aluminium nicht Metall, Entschuldigung. Nehmen wir direkt nochmal was von mit. Brauchen wir ja auch immer wieder. Wenn ich mir vorstelle, ich würde mit so einem Ding in der Gegend rumlaufen. Ich meine, die gehen ja noch, ne? Wenn du zwischendurch mal schneller laufen kannst, ist es noch okay. Aber wenn die so langsam laufen... Oh, das ist ja schrecklich. Und das den ganzen Tag? Das wäre nicht so toll. Für mich. Ich bin so ein Geschwindigkeitsjunkie. So, nehme ich gleich noch ein bisschen... Oder beziehungsweise, ich bin auf dem Weg, ein bisschen Aluminium mitzubringen. Diese roten Steine, die konnten wir, glaube ich, nicht ohne diese Verbesserung holen, ne? Ne. So. Wenn die nicht rüberkommen, dann mal richtig nass. Oh, guck mal, da unten ist auch wieder Aluminium. Also ein Großteil dieses Spiels besteht tatsächlich aus einem Walking-Simulator und aus Rohstoffe zusammen sammeln. No. Oder Rohstoffe vernichten. Damit die Region... Oder beides. ...preisend. Aber, auch das kann Spaß machen. Wenn man nicht hin und wieder überladen wäre. Ach, hier ist der Händler. Sag doch, dass es hier ein Händler ist. Ja, deswegen wollte ich ja zurück. Aber ich dachte, der wäre schon wieder weg. Ich habe nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Komm, ich weiß, dass ich überladen bin. Nimm das trotzdem noch mit. Ich gehe jetzt auch direkt, nachdem ich den Gummibärensamen geholt habe, auf direkten Weg zurück ins Lager. So. Ach, du kannst... Du kannst nicht laufen, wenn du überladen bist. Was soll das? Ich will laufen können, auch wenn ich überladen bin. Hallo, hallo Epi. Ich pfeife auf dem letzten Loch. Ja. Ich bin der raufende Roboter. Und ich habe auch kein Geld mehr. Hier gibt es doch wohl Deko. Deko, die du kaufen kannst. Ja, weil es wird nämlich bald ein Farm Together 2 geben. Für alle, die den ersten Teil bei mir schon gesehen haben. Oder überhaupt das Spiel kennen. Den werde ich mir auf jeden Fall auch zu Gemüte führen. Ach, ich kann hier nichts mehr reinmachen. Ah. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, meint es auch voll. Oh, der Händler haut ab. Meint es auch voll, die andere Kiste. Wir müssen hier nochmal Kisten hinstellen. Ja. Ach, da habe ich genau die Zehen für... Mach nochmal hin in die Kiste. Ja, aber ich muss die ein bisschen weiter weg machen, damit man auch dazwischen kommt, um da überhaupt ranzugehen. So. Kann ich da nämlich das restliche Aluminium reintun? Und die restlichen Pflanzenfasern. So, Futter nehme ich mal mit, falls ich unterwegs mal was habe. Ich glaube, ich sollte mir nochmal ein neues Futter machen, ne? Was war denn jetzt... Moment, rechts war die Futtermaschine, ne? Saures Futter. Oh. Wie haben wir das denn freigeschaltet? Das ist mit dem Kopf von einem Alien. Gutes Futter brauche ich. Gummibärenöl, aber das brauchst du für was anderes auch, oder? Oder... Ich glaube, ja. Aber hin und wieder brauchen wir gutes Futter. Das ist das Problem. Aber das kann. Aua! Ich habe dich was gefragt. Wenn du nicht sofort antwortest, dann P, sag ich dich. Das weißt du. So. Ja. Das stimmt. Oh, du Arsch. Das stimmt, sagt er einfach. Ja, da es mal wieder Nacht wird, beziehungsweise Abend wird gerade, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, bevor uns der neue Tag gleich schon wieder überrascht. Ich finde das, naja. Gut. Wir machen ja erstmal einen kleinen Cut und sehen dann in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht so genau, was wir in der nächsten Folge sehen. Aber nur einen kleinen Cut. Ja, nur einen kleinen Cut. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit meine Cola nicht wieder umwerfen werde. Beziehungsweise umgeworfen habe ich sie nicht, sondern es ist nur übergeschwappt, weil ich versucht habe, oben die Dinge abzuschneiden. Das dauert sehr lange, bis man die abgeschnitten hat. Weil wenn man es nicht mehr abschneidet, kann man die Teile ja nicht mehr benutzen, damit man daraus trinken kann. Das ist ja das Problem. Gut. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, wenn es denn hoffentlich auch gleich wieder etwas heller ist. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.